Mit den Schlagzeilen von morgen begrüßen wir Sie wie immer schon heute. Und die Schlagzeile von morgen kann natürlich nur heißen, es ist ein Tag der Freude. Endlich wieder die Freiheit genießen, die Gastronomie sperrt wieder auf, aber auch die Sportstätten. Man könnte wirklich sagen, es ist ein historischer Tag. Hier zum Beispiel im Theresienbad im 12. Bezirk hält sich der Andrang draußen, obwohl es ja total herrlich ist, das Wetter, noch in Grenzner. Aber wir wollen uns diesen Sprung ins neue Leben natürlich nicht nehmen lassen. Und rein ins Freibad. Das mit dem Abstand halten ist, glaube ich, hier in den nächsten Tagen laut Wetterbericht nicht so ein großes Problem. Also die Ansteckungsgefahr in Sachen Corona hält sich in Grenzen. Aber aufgepasst, Sie wissen ja, die drei Gs sind ganz wichtig. Getestet, geimpft oder genesen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch länger da herinnern bleibe, ist es mit dem genesen gewesen und der Lungenentzündung. Deshalb wieder zurück zu dir, Denise, und den richtigen Breaking News.